Fahr mal hier rum, das kann man nicht machen. Das Problem ist, ich muss hier hochfahren, das ist ziemlich scheiße. Und BOOM! Kante 9,30, weil ich zu langsam war, aber es war trotzdem schön. Es war trotzdem schön. Reiben! Wir haben Reibungswärme, brauchen wir. Bums! Oh, ich bin ja hier delicious. Boah, da ist wieder genau... Dass sie genau immer auf der Höhe... Wer hat denn eigentlich diese scheiß Dächer dort hingepackt? Welches Arschloch? Kai, war das deine Idee, da ein Dach hinzupacken? Kann aber nicht wahr sein. Oh! Vor allem, ich bin am Dach abgeprallt! Am Dach abgeprallt mit 360 Heat-Durchschlag beim EBR. Ich hab Angst vorm Tankgang-Game heute, wirklich. Ich dachte, es sah erst so aus, als würde der Kromwell den umfahren wollen. Den wollte ich da schnell hin. Und dann kam aber erst, wo ich schon losgefahren bin, haben dann die ganzen T-34 gepusht. Oh! Oh! Ich bin ja слышits imigen Aromen. Blind! Mal kurz rübergezogen hier! Oh Gott, ich muss dran denken, dass der keine... Komm, komm, komm. Ja! Ja! Raus mit dem Fischo! Den noch? Ja! Raus mit dem Fischo! Ja! Ja! So knapp wieder. Oh ja, stimmt. Blindshot. Oh, Benni, danke. Das könnte mich retten. Ja! Das waren sogar mehrere. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Es waren sogar mehrere. Zwei Blindshots oder so habe ich noch getroffen. Oh, das rettet mich jetzt wirklich noch hier. Autorisieren. Schön, dass ich das immer wieder machen muss. Was ist denn hier los? Oh, Alter. Warum hast du dich gerade angefasst oder warum erschreckst du das so? Weil das so laut war, ja, warte mal. Hallo! Es sind natürlich zwei, das ist natürlich jetzt sehr ungünstig. Aber er kommt nicht klar auf mich. Alter Schwede, ey. Jolli, ich habe den hier fast komplett zerlegt. Meine Herren. Ich finde es eine Frechheit im Turm vom Amix. Ach, zurückfallen. Ach, zurückfallen. Oh, ach, deswegen. Okay. Deswegen, da ist irgendein Viech da außen. Wenn eine Sau sagt irgendwas, dann steckt da die Mumbel rein, obwohl alle schon, es ist überhaupt nicht laut gerade. Aber der brüllte einfach durch den Panzer. Das ist doch der Toni, der ist auch dabei. Hallo! So, was bin der Uwe und feucht? Das ist doch der Flauschi, ne? Ich bin ein Vollidiot, ey. Ach, was darf ich gar niemandem sagen. Ich weiß jetzt, woran es liegt. Ich war auf dem falschen Rechner. Ja. Schade. Das wird doch nur gewonnen heute. Jaaa! Ich bin eher noch. Hehehe. Hehehe. Und man dann... Halt's mal, ich will essen! Hehehe. Hier, hier! Oh, der brennt und geht raus! Mensch. Guter Heizwert, genau. Und je fetter's Kind desto länger geht er Back. Ohohoho. Oh Gott. Komm and shake your ball. Ich dreh langsam durch. Stufe 1-3 den ganzen Tag und ich raste aus. Mir kommt das Wurst hinten raus.